hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem let's play landwirtschaftssimulator 2017 ja wir sind wieder mal in südamerika unterwegs auf unserer estancia la pacho und wir sind bereits in folge 105 und ich habe festgestellt dass hier noch holz liegt so simpel ist es ich muss erstmal meinen laufen auch ganz furchtbar langsam machen wieder auf normal weil sonst wird das ganze hier nichts keine sicherheit aber noch ein paar bisschen holz rein machen dass noch ein paar paletten wieder gemacht werden hier es hat 1000 holz gebracht das ist nicht beeindruckend muss ich sagen wir werden aber gelegenheit dann noch mal bisschen holz nachmachen werde das jetzt erstmal hier reinschmeißen ob ich so mit kriege anscheinend nehmen wir den zuerst er liegt ein bisschen davor würfel mal ein bisschen rum mit dem holz ihr seht das ist auch qualitativ eher das bessere holz gewesen und auch schön dick deswegen hat das auch gute quoten das waren schon 2600 holz durch so kleine stumpen also es muss echt gutes holz gewesen sein so jetzt die fünf stunden aber mal rein weil die bienenstock geschichte lief ja noch jetzt haben wir 4000 holz so kriegen wir auf jeden fall noch paletten nach auch wenn wir gar nicht so akut gerade brauchen so was wir auf jeden fall noch zwischendurch machen müssen oder machen können es wasser in die nudelfabrik bringen weil da muss mich wasser rein oder die brauchen gar keine paletten zum beispiel ist auch nicht schlecht so 7100 und katz der quetsche sind die schon wieder drin ich will sagen das passt ich mache ihn ja ein bisschen schneller aber es machen wir erst mal unsere reibach geschichte wir wollten ja eine runde treibstoff verkaufen darum ging es deswegen kamen wir jetzt auch mal eine runde hierhin werden eben dieses tun weiß gar nicht ob sauber ranfahren kann nicht so einfach wackelt ein bisschen aber wir füllen uns bereits wunderbar ja dann müssen wir doch noch mal mit dem wassertank los aber auch das ist kein problem das kriegen wir hin so läuft und läuft und läuft und läuft und läuft bin auf der karte schon mal diesel verkauf akker setzen so wissen wir auch wenigstens wo wir hin mussten dahin da können wir schön über unsere feldgeschichte hinfahren glaube ich so gut weiter geht's ja was natürlich gucken können ist noch nach silage und nach einem schönen silage verkauf da müssen wir doch im preis auch mal gucken das sollte eindeutig auch doch dabei sein so hier schön im berg hoch hier einfach schön links abbiegen dann unser 15 vorbei hier sind wir unterwegs also weithin ist das gar nicht nach vorne sind wir schon so gut jetzt kommt das geld rein so simpel ist es derzeit wo hier das geld reinkommt gehen wir nicht mal hin und gucken wie es jetzt um die silage gestehen ist sozusagen wir haben einen guten preis für silage das ist doch schon mal gut da werden wir da auf jeden fall noch mal losziehen und noch mal eine ordentliche ladung rüber bringen würde ich sagen das ist auch schon mal sehr gut hier wäre schön wenn wir es fertig haben haben wir aber nicht und honig milch preis ist auch dahinne und der nudelpreis ist gut also gar nicht mal so schlecht und wir haben jetzt auch 74.000 eingenommen das ist natürlich auch super wir sind wir schon bei 600.000 die wir wieder auch bekannte haben dann sollten wir echt überlegen was wir dann als nächstes damit investieren oder was wir damit anschaffen wollen oder was wir damit anschaffen wollen jetzt nächstes so und schon jetzt wieder zurück wenn wir die runde vorspulen dann weil die anderen fälle ja noch nicht so weit sind dann können wir auf jeden fall auch schon mal gut dabei sein bei unserer saatgut und dünger produktion das ist also schon mal ziemlich gut glaube ich so so ich bring ihn jetzt eben wieder zurück ja silage verkauf und wasser an die fonte das sind jetzt die beiden punkte noch so 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 da sind wir beim wasser wenn wasser nämlich vorläuft können wir mit dem lkw schon rüber fahren weil wir werden wieder mal die lage in paletten verkaufen da kann es transportieren und deswegen transportieren müssen wir damit auch so so hier fahren wir jetzt einmal zur wasser geschichte da sind wir schon so läuft so läuft der war fertig da haben wir den guten lkw schon jetzt aber immer muss jetzt erstmal schön hier auf dem weg nehmen wir auf der anderen seite nämlich hier die silage das geht schön schnell wie ihr seht das geht palettenweise rüber es ist natürlich gucken wie schnell der preis einsack weil sonst könnten wir vielleicht sogar zwei ladungen rüberbringen dass er eindeutig was hätte und sagen ja gut gut so einmal zum heizkraftwerk und dann gibt es schon wieder gutes geld gerade machen wir gutes geld wenn ihr das sagen keine ausgaben irgendwann steht sonst alles seit fahrzeugproduktionen laufen natürlich saadgut läuft dünger läuft das ist okay hier wollen wir nicht ganz so schnell über hin hier müssen wir schon abbiegen hier muss man ein bisschen gucken wo man den abladepunkt kriegt so da haben wir ihn wunderbar da wird der spaß runtergeräumt und da oben kommt das gute geld und zwar satt und schmutzig wie ihr seht fast 100.000 eingebracht das ist doch mal cool und das war gerade mal 20 prozent von unserem bestand fahr jetzt wieder zurück mit ihm und dann gucken wir mal wie der preis abgesackt ist oder wie weiter runter ist vielleicht verkaufen wir auch gleich noch eine ladung weil das ist ja echt ordentlich geld was wir hier rein kriegen wenn ich auch sagen so 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 sicherlich fahr ich da mal andersrum hin obwohl wir können natürlich jetzt erstmal gucken wie weit hat es denen gebeutelt den preis 13 46 ist natürlich kein traum mehr muss ich sagen also bei 14 50 15 habe ich gesagt wir machen noch eine ladung aber ich glaube so lassen wir es sogar erst so lassen wir das glaube ich sogar erst mal gut gut haben wir hier einmal rum parken ihn hier diesmal auf der seite so stört er keinen steigen einfach aus laufen einmal unter dem baum lang und sind schon bei unserer wasserlieferung für die null verbringt weiß jetzt nicht wie gut oder schlecht ist er hinten herankommen überlegen ob ich zuerst die schaufel eben abmach ich glaube das ist sinnvoll sinnvoll kommen wir zu der steinige spur wieder zurück hallo warum haben wir uns jetzt mit geschlurt was soll der quatsch denn boah manchmal hasse ich das ne nix gemacht gerade zurück gefahren zuerst so ran hin so so ich habe die schaufel abgemacht richtig richtig ja ich habe es letztes mal ja erwähnt warum ist es dann zu der patsche eine die möglichkeiten dass es vielleicht erst noch zu dem stillstand kommt ja die sache ist ganz einfach wenn ihr habt ihr mal ein video vielleicht gesehen mit den vorab geschichten was den neuen landwirtschaftssimulator angeht den 2019er der dieses jahr kommt da sind ja schon einige infos bekannt die habe ich ja dementsprechend auch in einem video verfasst weil ich es noch nicht gesehen habe sollte ich das bei mir auf dem kanal auf jeden fall finden und dann könnte man natürlich dann sagen die ist dann ja lapacho kommt er wieder wir kriegen ja eine neue grafik engine und dann wird diese lapacho nochmal wieder kommen und zwar in einer sehr aufgehübschten besseren version und dann könnte man sich die natürlich dann nochmal angucken das ist der grund warum ich mit dem gedanken spiele sie hier erstmal sozusagen auf eis zu legen der andere punkt an der geschichte ist es wird dann schwieriger sein weil wir natürlich für den 2019er natürlich auch erstmal die mods haben müssen aber wie gesagt sie ist halt eine von den dreien von den drei neuen karten es wird eine amerikanische karte geben 2019er eine europäische karte und eine südamerikanische karte was halt diese hier ist also diese hier taucht nochmal neu auf und zwei niedrige neue erwarten uns im landwirtschaftssimulator 2019 und ja deswegen ist halt der gedanke zu gucken was macht man und schaut man sich die dann nochmal an weil wir haben natürlich jetzt dadurch dass wir hier schon über 100 folgen gemacht haben einen sehr guten vergleich wir haben auf der karte hier schon eine zuckerrohrernte gesehen deswegen müssen wir mal gucken wie wir es jetzt hier weitermachen und wie es und ob es weiter geht sozusagen so jetzt haben wir auch schon mal eine ladung wasser hingebracht das ist auch schon mal gut ähm ich werde natürlich jetzt den behälter wieder wegbringen Palette können produziert werden weil wir den Rest Holz da hingebracht haben das ist auch gut das bringen wir weg dann werde ich nochmal rüber spurten zur ähm zur Hühnerfarm und dort nochmal zu schauen so ich lasse ihn jetzt erstmal kurz hier stehen steige aus weil ich habe ja schnelles laufen hilft natürlich bei Zäunen nicht so unbedingt wir machen jetzt mal schön einen kleinen Wald und Wiesen ran hier so können wir natürlich mal gucken hier wie sieht es denn hier aus unser erster Ernst ist hier reingekommen Kapps 9000 Liter ist noch am Start das ist doch schon mal okay Gärreste sind da wir haben Mischfutter für die Kühe und wir haben hier auch noch Treibstoff deswegen konnten wir die eine Ladung ruhig und locker verkaufen weil wir natürlich hier immer noch Reserven haben so dann gucken wir uns das ganze mal hier an also Getreide war leer, Wasser ist noch da Mist ist leer, also hier holen wir das nächste weg und Eier hatten wir auch in die Produktion gebracht das ist alles soweit okay da können wir jetzt in dem Sinne eigentlich auch nicht mehr viel machen alles was wir machen können ist warten theoretisch gesehen heißt das Vorspulen und zwar am besten in dieser Position weil wir müssen aufhören mit Vorspulen wenn er hier sagt ich kann es ernten so simpel ist es deswegen mache ich das ganze Vorspulen jetzt auch mal an und dann gucken wir mal wann sich hier was tut wann die nächste Wachstumsphase umspringt weil dann dürften wir auch noch bei einigen Sachen weiter düngen können und solche Sachen halt und dann schauen wir mal und spult und spult und spult und spult und spult so simpel ist es ja so eine Wachstumsphase kann man schon schon eine Zeit dauern Nachfrage für Sonnenblumen am Hafen aber Sonnenblumen haben wir gar nicht und Transportfirma Körnermais so das können wir natürlich mal angucken was die preislich da bieten da sehen wir die Sachen der Preis ist geht so und Mais ist exorbitant gut aber das werden wir uns in meiner nächsten Folge überlegen so simpel ist es ja ich hoffe dass es euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet wie gesagt lasst einen passenden Daumen dementsprechend da ich bin überlegen ob wir die Estancia Apache eine Pause schicken weil sie halt auch im neuen Landwirtschaftssimulator wieder mit dabei ist und wir sie uns dann da nochmal neu angucken können mit einer neuen Grafik Engine mit allem drum und dran wäre natürlich dann mal ein schöner Vergleich weil das ist ja eine der wenigen Karten die dann auf beiden Seiten existiert sprich jetzt schon und dann halt dann im neuen Spiel ja dann sag ich wieder vielen Dank für all die die mich schon die ganze Zeit unterstützen vielen Dank für die die es jetzt tun und dann ja Abo dalassen es geht immer noch um die Quoten die leider YouTube jetzt von uns verlangt hoffe dass du mich da unterstützt und bis zum nächsten Mal